Guten Morgen, ich grüße Sie zum Deutschlandwetter. Ein Tipp für all diejenigen, die im Osten leben, nutzen Sie diesen Tag, beziehungsweise vor allem den Nachmittag. Da wird es nochmal richtig schön in einigen Regionen und vor allem so schön wie in den nächsten Tagen nicht mehr. Hier erstmal die Sonnenstunden zusammengefasst von dem heutigen Tag. Da kriegen wir nämlich bis zu fünf Stunden hier am Nordrand des Erzgebirges bis in die Lausitz rein. Auch in Berlin wird die Sonne ab und an mal vorbeischauen. Genauso auch im Südosten bis zu fünf Stunden. Beim Rest sieht es ziemlich grau aus heute. Maximal eine Stunde und das merken Sie wahrscheinlich auch schon, wenn Sie eben woanders wohnen, dass es ziemlich grau und vor allem nass ist. Hier dreht sich nämlich ein neues Regengebiet von Westen herein. Der Regen im Nordosten, der driftet so langsam in Richtung Ostsee, wird die Ostsee-Region aber aller Voraussicht. Nacht auch gar nicht richtig verlassen. Nur im Osten, da bleibt es trocken. Also der Vormittag zusammengefasst. Sehr grau und immer wieder nass. Das ist hier gar nicht so sehr viel Regen, der da runterkommt, aber immer wieder so ein bisschen. Und das ist halt schon ziemlich angenehm. Äh, unangenehm natürlich. Am Nordrand der Mittelgebirge und hier im Süden die Auflockerung, die dann weiter in den Osten hineinziehen. Von Westen kommt nichts Gutes hinterher, nur viele Wolken mit etwas Regen, wie wir das eben schon gesehen haben. Die Temperaturen sind meist auch nur zwischen 10 und, nein, andersrum 6 und 10 Grad. Im Osten, da sind es noch bis zu 13 Grad mit einem leichten Föhn aus dem Erzgebirge heraus. Ja, und der Wind, der spielt noch woanders eine Rolle, nämlich hier im Süden, da bläst er recht kräftig. Teilweise sogar mit stürmischen Böen und auf den Bergen mit Sturmböen. Dementsprechend ist die gefühlte Temperatur gesenkt. Ja, und so richtig nach Frühling fühlt sich das nicht mehr an. Und dann schauen wir noch in die kommende Nacht. Und da wird Schnee hier und da wieder ein Thema werden, nämlich in den östlichen Mittelgebirgen. Da sinkt die Schneefallgrenze auf ungefähr 400 Meter. Ja, und hier im Nordosten kann es teilweise bis in die Niederung herab Schneeregen geben.